Da musste ich doch kurz mal die Augen reiben. Ich weiß nicht, ob das so ungefähr nicht ist für ein Bundeswehrspiel. Ich bin ein normaler Mensch. Ich habe auch ein Auto, aber wenn schönes Wetter ist, warum soll ich es nicht nutzen und an der frischen Luft? Es sind für mich zehn Minuten her, die verbringe ich dann auch gerne mal auf dem Fahrrad. Also für mich ganz normal. Ich habe es nicht im Fernsehen gesehen, aber im Live-Ticker. Da musste ich doch kurz mal die Augen reiben, als ich da dreimal die Lainey gelesen habe. Aber super für ihn. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, wenn er jetzt zurückkommt. Ich glaube, wenn man so ein Erfolgserlebnis hat, dann gibt man das auch, wenn man es gar nicht so beabsichtigt, aber man strahlt es einfach aus. Und ich glaube, dass es auch wieder sehr, sehr positiv für uns sein kann als Team. Es ist immer besser, du kommst mit einem Erfolgserlebnis wieder zurück zum Klub als mit einer Niederlage. Ja, ich finde es allgemein immer komisch, wenn die Saison losgeht, dann mal zwei Spieltage und dann ist schon wieder Pause. Ich wäre gerne im Rhythmus geblieben. Aber ich glaube, wir hatten ein ordentliches Testspiel, wo man sich den Rhythmus wiederholen kann oder weiter einziehen kann. Und ja, ich habe dann die Tage mit der Familie genutzt. Von dem her kann man da auch wieder Kraft tanken. Und jetzt geht es mit voller Energie in die neue Woche. Unser Ziel ist ja jetzt nicht, Beton anzurühren in jedem Spiel. Unser Ziel ist einfach aus einer Kompaktheit, defensive Stabilität herzustellen. Und daraus resultieren natürlich unser Umstellspiel nach vorne besser einfach zur Entfaltung zu bringen. Und ich glaube, dass es durchaus eine gute Lösung ist, ein gutes Mittel. Und ich glaube auch, dass viele Bundesligisten dieses System fahren. Das heißt aber nicht, dass wenn wir jetzt sagen, wir wollen offensiv wieder ein bisschen besser werden, dass wir eben diese Kompaktheit aufgeben. Ich glaube, das wäre eben der erste große Fehler. Wir müssen weiter behutsam arbeiten und uns jedes Training immer wieder verbessern wollen in den Feinheiten, in den Abläufen. Weil auch wenn es jetzt ganz ordentlich aussah, defensiv, gibt es immer noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir das alles hinbekommen, dann werden wir auch schnell möglich Erfolg haben. In Berlin ist es immer sehr schwierig. Sie haben eine sehr spielstarke Truppe. Brutal viel Geschwindigkeit über die Außen, haben sich da stark verstärkt. Wir versuchen natürlich zu Hause auch immer wieder das Spiel zu machen. Aber ich glaube, dass uns das vielleicht auch ein Stück weit entgegenkommen kann, dass wir im Umschaltspiel noch effizienter sein müssen, um dort etwas mitzunehmen, ist uns auch klar. Aber es wird eine große Aufgabe. Ich bin aber sehr optimistisch, dass wir da etwas mitnehmen.